hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal heute gibt es die adventskalender verlosung part 3 das wird der letzte adventskalender sein für dieses jahr den ich verlose monik ist auch wieder dabei hallo leute und ja ich bin mal gespannt wer gewonnen hat es haben diesmal unheimlich viele mitgemacht nämlich 16 leute das bin ich spitze genau und diese 16 leute sind dann wieder in meiner glücks vorst und ich werde das mit gleich glücklichen gewinner und dann kannst du auch noch ein bisschen drin wühlen aber ein nur bitte das ist der gewinner oder gewinnerin so gewonnen hat sabrina du hast gewonnen du hast den adventskalender gewonnen jetzt ist richtig ja sabrina du hast gewonnen ich musste noch etwas dazu sagen ich habe nirgendwo mehr adventskalender tütchen bekommen das heißt ich das heißt ich muss ein bisschen improvisieren mit den tütchen wo sie reingepackt haben die sind etwas durchsichtig also naja man hat ja eh vorher schon gesehen was ich reinpacke aber na ja ich musste halt irgendwie umdisponieren und mir was neues einfallen lassen weil ich wirklich keine adventskalender mehr do it yourself irgendwo bekommen habe deswegen musste ich mir was anderes einfallen lassen aber ich hoffe es gefällt dir trotzdem und ich hoffe du freust dich dass du gefunden hast herzlichen glückwunsch wir machen die anderen auf aber es wird ja immer wieder verlosungen auf meinen kanal geben damit man überall immer mitmachen kann und immer wieder zu anderen themen nicht nur make up da will ich nämlich mal was anderes anbieten und einfach das spektrum erweitern und demnächst kommt auch noch ein video mit drei preisen mit drei preisen die kann nicht einer gewinnen sondern wirklich drei leute können das können das können die preise gewinnen sind drei pakete drei weihnachtspakete und da freue ich mich schon die auch zu verlosen mit dem schuh draus so noch jemand noch wie so viele heute so viele nennen ganz schön viele die mitgemacht haben da bedanke ich mich auch recht herzlich und liebe sabrina ich melde ich habe den letzten hier so dann möchte ich mich dann mit bei dir natürlich ich glaube ich muss da wirklich noch mal nach deiner adresse fragen ich weiß nicht ob ich das mache aber das macht ja nichts dann werde ich mich gleich bei dir melden ja ich habe den letzten hier ja dann wünsche ich dir auf jeden fall viel spaß mit meinen adventskalender und allen anderen das nächste mal viel viel glück bei mitmachen aber mit dem adventskalender das war es dann erst mal dieses jahr ja nächstes jahr wieder aber euch werden ich werde euch immer wieder mit kleinen verlosen überraschen genau wir beide wir sind fertig genau ja lass mir doch ein daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat und vergesst nicht mich zu abonnieren dann seid ihr immer auf dem laufenden wenn ihr gewonnen habt genau genau und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag ja ich wünsche euch auch noch einen schönen tag und lasst es euch gut gehen genau und wir sehen uns beim nächsten video wieder macht es gut tschüss tschüss Vielen Dank.